Odi, 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 odi. Es ist geil, mega. Zwei Jungstars. Ja, zwei Jungstars. Mein Bruder ist ein Maler und ein Bild aus seiner Hand. Wenn Thomas Anders einen so ins Gesicht singt, da fühlt man sich, als wäre man die einzige Frau der Welt. So ging's auch vielen Damen im Publikum. Schließlich war auf der Bühne die Crème de la Crème des Showgeschäfts versammelt. Sie sagte, doch sie liebt mich. Na gut, mit dem Thema Liebe haben wir Florian Silbereisen gestern mal ein bisschen in Ruhe gelassen. Schließlich sollte es ja vor allem um den Preis gehen, den er und Thomas Anders für ihr Duett bekommen haben. Das Margo Award ist für Thomas Anders seit jeher total wichtig. Das Margo Award gibt's seit 20 Jahren. Also damals war ja Schlager noch bei weitem nicht so aktuell, wie's heute ist. Und auch nicht so beliebt. Man hat's ja gestern wieder gesehen bei Florian, bei den Schlager-Champions. Super Einschaltquote und die Menschen in der Halle rasten ja aus.